Musik Kopf gegen Asphalt, Polizist wurde freigesprochen. Außerdem in der Sendung, eine Frau spazierte mit einem Kind durch den Tunnel. Wir schauen ins Ausland, Nawalnes Bruder wird zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Priester wurde festgenommen, er soll mit Viagra gehandelt haben. Und Pamela Rendi-Wagner wird Chefin von EU-Behörde. Ja, das und mehr sind meine Themen heute. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf an diesem Mittwochabend. Ja, und während drei weitere Polizeibeamte einen 19-Jährigen im Mai 2023 zu Boden drückten, soll ein Kollege seinen Kopf zweimal mit voller Wucht gegen den Asphalt geschlagen haben. Wir haben darüber berichtet. Ja, der angeklagte Polizist, der bekam heute einen Freispruch. Ein 34-jähriger Polizist, der im Mai 2023 einen 19-Jährigen zweimal mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen haben soll, ist am Mittwoch vom Wiener Landesgericht freigesprochen worden. Die Tat ereignete sich am 7. Mai 2023 in Simmering. Kurz nach einem Mord in einem Copyshop wollte der 19-Jährige im abgesperrten Tatortsbereich zu einem Bankomaten gehen. Als ihn die Polizisten aufforderten, sich auszuweisen, weigerte er sich. Mehrere Videoaufnahmen zeigen, wie die Polizisten den Mann zu Boden ringen. Dabei schlägt der 34-jährige Beamte den Kopf des 19-Jährigen zweimal auf den Asphalt. Der Mann erlitt dabei Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Missbrauch der Amtsgewalt klagt die Staatsanwältin den 34-jährigen Polizisten an. Er hat massive Gewalt gegenüber dem Opfer gesetzt. Dieses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen. Beamte sind dazu ausgebildet, auch in solchen Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, so die Staatsanwältin. Der angeklagte Polizist bestritt den Vorwurf der Körperverletzung. Er habe den Mann nur zu Boden gedrückt, da er sich massiv gegen die Amtshandlung gewehrt habe. Vielleicht habe ich aus Versehen zu stark gedrückt, aber ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen, sagte er. Zu dem Zeitpunkt hätte der 34-Jährige nicht gewusst, ob der Mann nicht vielleicht in den gerade verübten Mord involviert gewesen war. War aber der Festnahme des mutmaßlichen Mörders schon klar, dass es nur einen Täter gibt, hackt sein Verteidiger nach. Nein, war es nicht. Es war von Anfang an die Rede von mehreren Männern, die in dem Geschäft gestritten haben, erinnert sich der angeklagte Beamte. Für die Staatsanwältin ist aber auch am zweiten Prozesstag klar, dass das Vorgehen des Wieners Amtsmissbrauch gewesen sei. Ein Rechtsstaat muss solch ein Vorgehen mit voller Härte sanktionieren. Es geht hier darum, dass das Grundrecht der körperlichen Unversehrheit des Opfers verletzt wurde. Nach knapp einer Stunde Beratung fällt die Entscheidung des Schöfensenats. Der angeklagte Polizeibeamte bekommt seinen geforderten Freispruch nicht rechtskräftig. Eine Frau ging heute Vormittag zusammen mit einem Kind durch den Kaisermühltunnel. Dieser wurde anschließend dann auch gesperrt und von der Frau fehlte jede Spur. Schockmoment Mittwochfrüh auf der Donauautobahn in Wien. Eine Frau marschierte zusammen mit einem Kind durch den stark befahrenen Kaisermühltunnel. Der Tunnel wurde daraufhin sofort gesperrt. Um 7.38 Uhr ging der Notruf bei der ASFINAG ein, dass zwei Personen zu Fuß im Kaisermühltunnel unterwegs seien. Daraufhin wurde der Tunnel sofort gesperrt. Rasch bildete sich im Frühverkehr ein Stau. Noch ehe die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Frau und das Kind den Tunnel bereits wieder verlassen und waren verschwunden. Kurios, im Tunnel war es weder zu einem Unfall noch zu einer Panne gekommen. Es ist daher völlig unklar, warum sich die Frau zusammen mit dem Kind in einer derart gefährlichen Situation begeben hat. Nach wenigen Minuten konnte der Tunnel wieder freigegeben werden. Seit zwei Jahren herrscht der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen in Europa glauben auch nicht daran, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird. Das zeigt jetzt eine Umfrage. In Österreich glaubt kaum jemand an einen Sieg der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland. Diesem Schluss kommt eine Umfrage, der zufolge nur 7% der Befragten mit einem militärischen Erfolg der Truppen Kiews rechnen. Die Studie des European Council on Foreign Relations wurde am Mittwoch veröffentlicht. Sie wurde in 12 EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. In Österreich wurden im Jänner 1111 Erwachsene befragt. Insgesamt gab es rund 17.000 Teilnehmer. 31% waren der Meinung, die Ukraine müsse unterstützt werden, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Diese Aussage schlossen sich unter den österreichischen Teilnehmern 23% an. Die übrigen gaben an, dass sie keine der beiden Aussagen unterstützen, dass es ihnen egal sei oder dass sie es nicht wissen. Die größte Unterstützung für eine Rückeroberung der Gebiete gab es unter den Befragten in Schweden, rund 50%. Am anderen Ende der Skala stand Ungarn, wo 16% die Ukraine unterstützt sehen wollen, während 64% sich Friedensverhandlungen wünschen. Mit 31% waren die Ungarn auch am häufigsten überzeugt, dass Russland den Krieg gewinnen werde, während nur eine kleine Gruppe an einen militärischen Sieg der Ukraine glaubt. In Österreich sieht jeder Fünfte einen russischen Sieg als den wahrscheinlichsten Ausgang des Krieges. Lediglich 7% sehen die Ukraine als Gewinner, während 36% von einer Verhandlungslösung ausgehen. Der Krieg führte auch dazu, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer in EU-Länder flohen. Die Studienatoren fragten danach, ob diese Flüchtlinge eher als Bedrohung oder eher als Chance gesehen werden. In Österreich fiel die Antwort mit 33 zu 26% leicht zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge aus. Negativ blicken dagegen die Polen und die Ungarn auf die geflüchteten Ukrainer. Am anderen Ende standen wiederum die Schweden, wo nur 10% eine Bedrohung sahen und 52% eine Chance für ihr Land. Wie es mit der Unterstützung für die Ukraine weitergeht, wird auch die US-Wahl mitentscheiden. Sollte eine erneute Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten dazu führen, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung stark zurückfahren, wollen nur 14% der befragten Österreicher, dass die EU versucht, den Mangel so gut es geht auszugleichen. 42% finden gar, dass die EU dem potenziellen US-Beispiel folgen sollte. Weitere 17% wären für ein Beibehalten des aktuellen Unterstützungsniveaus. Mit ihrer Ankündigung in die Politik gehen zu wollen, sorgte eine deutsche Wissenschaftlerin vor wenigen Tagen für Aufsehen. Nun enthüllte sie aber auch ihre Pläne bzw. teilte mit, dass es nie welche gab. Ihr Statement diente nur als Experiment, um Tricks des Populismus zu demonstrieren, klärte sie in ihrem neuesten Beitrag auf. Die deutsche Wissenschaftlerin Mai-Ti Nguyen-Kim hat in einem Video-Statement erklärt, ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Sie behauptete, sie wolle den Kampf gegen ein katastrophales Diskussionsklima aufnehmen und kündigte an, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Doch all jene, die sich über einen Politikeinstieg der Wissenschaftlerin gefreut hatten, wurden nun in einem weiteren Video enttäuscht. Für alle, die sich gefreut hatten, danke. Freute sich die Moderatorin in einem Beitrag auf ihrem YouTube-Kanal, MyLab, für die Zustimmung zu ihrer vermeintlichen neuen Karriere in der Politik. Doch sie klärt den tatsächlichen Hintergrund des Statements auf. Ich habe in meinem eigenen Antipopulismus-Video Populismus am Ende selbst angewendet. Damit habe sie demonstrieren wollen, wie anfällig wir alle für Populismus sind. Sie gibt zu, mir fällt Populismus auch nicht so leicht auf, wenn er Haltung vertritt, die meinen entsprechen. Zwar habe sie nur Probleme aufgezählt und keine Lösungen genannt, trotzdem wollten mich einige wählen. Einfach, weil sie sich populistischer Methoden bedient habe. Aber nur damit es klar ist, ich gehe nicht in die Politik. Sie habe das auch nie direkt behauptet. Ich habe nicht gelogen, schmunzelte sie. Kalkulierte Ambivalenz nennt sich dieser Trick, klärte sie auf. Und dafür will ich mich hier ganz aufrichtig entschuldigen. Sie habe nur einen plausiblen Vorwand gebraucht, um Populismus zu demonstrieren. Jedes ihrer Worte und die Kritik am Diskussionsklima habe sie aber ernst gemeint. Sein großer Bruder Alexei ist erst wenige Tage lang tot. Nun hat der Kreml es offenbar auf Oleg Nawalny abgesehen. Russland hat den 40-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben, wie russische Staatsmedien auch berichten. Die Vorwürfe wurden allerdings nicht näher erläutert. Die Leiche des bekannten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, der unter mysteriösen Umständen in einem sibirischen Straflager verstorben war, wird von russischen Behörden bereits sechs Tage unter Verschluss gehalten. Nun möchte der Staatsapparat öffentlich seinen jüngeren Bruder Oleg in Gewahrsam sehen. Laut der staatlichen Medienagentur TASS haben die Strafverfolgungsbehörden neue Anklagen gegen den 40-Jährigen erhoben. Nach welchem Artikel des russischen Strafgesetzbuches diese Maßnahme erfolgt sei, wurde nicht bekannt gegeben. Oleg Nawalny stand bereits wegen eines anderen Vergehens auf der Fahndungsliste. Er soll gegen Corona-Auflagen verstoßen haben, indem er Menschen dazu aufforderte, sich einem friedlichen, regierungskritischen Protest anzuschließen. Der 40-Jährige ist ein Unterstützer der Oppositionsbewegung seines Bruders und bezeichnete diese Anklage als politisch motiviert. Er erhielt 2021 in dieser Angelegenheit eine einjährige Bewährungsstrafe. Ihm war es währenddessen verboten, nachts das Haus zu verlassen, an Massenveranstaltungen teilzunehmen oder aus Moskau zu verreisen. Ein halbes Jahr später reichte eine Justizvollzugsanstalt einen Antrag ein, in dem gefordert wurde, Oleg zu inhaftieren. Als ein Gericht dafür Anfang 2022 grünes Licht gab, war Oleg bereits aus Russland geflohen, wie Radio Free Europe berichtete. Im Jahr 2014 musste er eine dreieinhalbjährige Haftstrafe wegen angeblichen Betrugs verbüßen. Kritiker vermuteten, die Vorwürfe seien damals frei erfunden gewesen und sollten Druck auf die Kreml-Kritiker ausüben. Er stand in diesem Fall mit seinem Bruder vor Gericht, Alexei fasste dagegen nur eine Bewährungsstrafe aus. Er erklärte, die Inhaftierung seines Bruders sei ein Versuch gewesen, ihn als Geisel zu nehmen. Russische Beamte vermuten, dass Oleg nach Zypern geflohen sei. Wo er sich aktuell aufhält, ist unbekannt. Wir bleiben im Ausland. Zwei Geschwister haben am Strand in Florida ein tiefes Loch gegraben. Wenig später wurden sie unter der Erdmasse auch begraben. Das Mädchen überlebte den Unfall nicht. Ein Strandtag in Florida endete für eine Familie aus den USA in einem Albtraum. Zwei Geschwister, ein siebenjähriger Bub und ein fünfjähriges Mädchen wurden am Strand von Lauderdale by the Sea beim Spielen im Sand verschüttet. Die Kinder buddelten in einer Sandmulde, als diese plötzlich einstürzte und sie beide begrub. Der Vater konnte seinen Sohn selbst aus dem Sand befreien, die Tochter aber blieb zunächst unter den Sandmassen begraben. Augenzeugen berichteten von hektischen Rettungsversuchen mit Schaufeln und Kübeln. Erst nach 15 Minuten gelang es Rettungskräften, das Mädchen zu befreien. Sie wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, verstarb aber dort später. Es ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Behörden untersuchen den Vorfall. NBC Miami berichtet, dass es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Unfällen mit Sandlöchern gekommen ist. Diese können plötzlich einstürzen und Menschen unter sich begraben. Ein Priester ist in Spanien wegen illegalen Handels mit Viagra festgenommen worden. Viagra und auch andere Potenzmittel sind in Spanien eigentlich genau wie in Deutschland verschreibungspflichtig und nur mit Rezept legal erhältlich. Der Priester und sein Lebenspartner haben diese Regelung allerdings umgangen. Das Potenzmittel Viagra ist in Spanien genauso wie in Österreich verschreibungspflichtig und nur mit einem gültigen Rezept in der Apotheke zu bekommen. Doch es gibt auch Möglichkeiten und Wege, sich die blauen Pillen auf dem Schwarzmarkt illegal zu kaufen. Doch so einen Fall wie in Spanien hat es in Europa überhaupt noch nicht gegeben. Erst vor wenigen Tagen klickten für einen Priester in Don Benito die Handschellen. Mit einem Komplizen gemeinsam soll der Gottesmann die Potenzpillen illegal an den Mann gebracht haben. Bei einer Durchsuchung der Pfarre mitsamt den dazugehörigen Räumlichkeiten durch die Polizeieinheit Guarda Civil konnten große Mengen der blauen Tabletten sichergestellt werden. Das berichtet die spanische Zeitung El Mundo. Der festgenommene Geistliche, einer von insgesamt sechs Priestern in Don Benito, haben den Erkenntnissen zufolge einen großen und stetigen wachsenden Kundenstamm gehabt, berichtete die Zeitung El Mundo. Es gäbe Kunden, die bereits eingeräumt hätten, bei den beiden Männern Viagra und andere Potenzmittel gekauft zu haben. Die Festnahme des katholischen Geistlichen habe in der knapp 38.000 Einwohner zielenden Gemeinde Aufsehen ausgelöst. Denn Priester Alfonso sei unter den Gemeindemitgliedern sehr beliebt und geachtet gewesen. Niemand hätte Priester Alfonso so eine Tat zugetraut. Kommen wir wieder zurück nach Österreich. Die ehemalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat einen neuen Job. Sie übernimmt jetzt die Leitung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Die Agentur hat zum Beispiel während der Corona-Zeit eine zentrale Rolle getragen. Die Würfel sind gefallen. Die ehemalige Gesundheitsministerin und spätere SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird Chefin der EU-Gesundheitsagentur. Der Verwaltungsrat der bei Stockholm angesiedelten Behörde sprach sich für die ausgewiesene Epidemiologin aus. Dem Vernehmen nach konnte sie sich gegen drei andere Kandidaten durchsetzen. Um Direktorin zu werden, benötigt Rendi-Wagner eine Zweidrittelmehrheit im Verwaltungsrat. Bei jedem Wahlgang scheidet der Kandidat mit der geringsten Zustimmung aus. Gesundheitsminister Johannes Rauch und Außenminister Alexander Schallenberg begrüßten in einer ersten Reaktion die Nominierung Rendi-Wagners zur Chefin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Pamela Rendi-Wagner vereint medizinische Expertise zu Infektionskrankheiten und politischer Erfahrung, die für die Leitung einer internationalen Behörde enorm wichtig ist. Der Verwaltungsrat setzt sich aus Vertretern der 27 Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und des EU-Parlaments zusammen. Vor ihrer offiziellen Ernennung muss Rendi-Wagner noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Ich bin überzeugt, dass Pamela Rendi-Wagner einen großen Beitrag für die Gesundheit der Menschen in Europa leisten wird und wünsche ihr viel Erfolg für diese wichtige Tätigkeit, sagte Rauch in einer Aussendung über seine Vorgängerin. Laut Schallenberg wird damit die dritte EU-Agentur unter österreichischer Leitung stehen. Und Innenminister Kahna kündigte heute den heimischen Fahrplan für die Europawahl an. Der 9. Juni, der wurde eben per Ministerratsbeschluss als Wahltermin auch festgehalten. Der Termin für die EU-Wahl in Österreich wird nun auch formell auf den bereits bekannten 9. Juni festgelegt. Die Bundesregierung fixiert im Ministerrat am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag des Innenministers, der eine Verordnung zum Wahltermin vorsieht. Auf Österreich entfallen nunmehr 20 Mandate statt bisher 19 Mandate. Und der Stichtag für diese Wahl zum Europäischen Parlament wird der 26. März sein. Das sind 75 Tage vor dem Wahltermin und hier wird festgelegt, wer letztendlich wahlberechtigt ist. Wahlberechtigt sind für die Wahl zum Europäischen Parlament in Österreich österreichische Staatsbürger und EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich. Und wer spätestens zum Wahltag, dem 9. Juni, eben 16 Jahre alt ist und zum Stichtag in der Europawahlevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt wird. Also Stichtag 26. März. Spekulationen, wonach in Österreich die Wahl mit der Nationalratswahl zusammengelegt werden könnte, waren zuletzt leiser geworden. Dazu befragt, meinte Kana, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Geplant sei die Nationalratswahl im Herbst. Und es gibt eine Anklage gegen jene Hundebesitzerin, deren Hunde in Oberösterreich eine Joggerin getötet haben. Vorgeworfen wird ihr grob fahrlässige Tötung. Sie wird am 7. März vor Gericht stehen. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Die Tragödie um die totgebissene Joggerin von Nahen schockt ganz Österreich. Doch die Angeklagte sieht ihre Schuld nicht ein. Nun wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Linz die Halterin der drei Kampfhunde wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt hat. Der Prozess soll am 7. März stattfinden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte mit drei Hunden unterwegs und überfordert war. Ein Hund hat sie zu Sturz gebracht, indem er von links nach rechts gelaufen ist. Alle drei Hunde sind dann gemeinsam über die Joggerin hergefallen. Die Halterin war weder körperlich noch mit Kommandos in der Lage, ihre Hunde rechtzeitig vom Opfer zurückzureißen. Deshalb klagen wir grob fahrlässige Tötung an, erklärte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft. Erschreckend und verblüffend zugleich. Die Angeklagte gibt zwar zu, gestürzt zu sein, weil sie ein Hund, es war der American Staffordshire Terrier Elmo, zu Fall gebracht habe. Aber dann habe sie nur gesehen, dass die drei Hunde bei der Joggerin gewesen seien. Sie selbst haben nichts falsch gemacht. Am 7. März muss sich die Hundehalterin jedenfalls im Landesgericht Linz verantworten. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre. Am 2. Oktober war Hertha A. beim Joggen von einem American Staffordshire Terrier angefallen worden. Die Halterin war mit dem Tier sowie zwei weiteren aus der Zucht Gassi, konnte den plötzlichen Angriff auf die Sportlerin nicht verhindern und wurde selbst verletzt. Wie sich nun herausstellte, dürften alle drei Tiere die 60-Jährige, die auf einem Feldweg wohl von hinten angelaufen kam, attackiert haben. Die Obduktion ergab, dass die Frau infolge unzähliger Bisse wegen hohen Blutverlusts gestorben war. Der furchtbare Vorfall hatte auch eine bundesweite Diskussion wegen der Haltung von Kampfhunden ausgelöst. Ja, und alle weiteren Nachrichten sehen Sie natürlich auch auf krone.at. Schauen Sie da mal vorbei. Wir schauen jetzt noch kurz zum Wetter. Ja, morgen Donnerstag, da wird es auch sehr unbeständig, aber es wird auf alle Fälle mild bleiben. Es gibt da auch ausgedehnte Wolkenfelder und nur ein paar größere Sonnenfenster sind mit dabei. In den Alpen und auch im Süden, da wird auch ein Südwind stark bis stürmisch werden. Die Temperaturen sind um die 11 Grad und Freitag gibt es dann wieder auch eine Abkühlung. Ab Samstag beziehungsweise auch Sonntag sind die Temperaturen wieder bei um die 13 Grad. Ja, das war es wieder von den Kronen News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie gesund.